Die Fiducia und GAD IT AG ist der IT-Dienstleister der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Das Unternehmen beschäftigt fast 5700 Mitarbeiter. Zum Kundenkreis gehören alle 1000 deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe sowie zahlreiche Privatbanken und Unternehmen. Die Fiducia und GAD stellt mit Empower eine unternehmensweit einheitliche Markenkommunikation sicher. Wir suchten nach einer Lösung, mit der wir unsere Präsentationen leichter und automatisierter erstellen können. Vorlagen und Maße sollten alle zentral gefunden und vor allen Dingen auch leicht gefunden werden. Außerdem hatten wir vor, auch zu mehr Einheitlichkeit in unseren Markenauftritten zu kommen, was wir auch mit Empower erreicht haben. Besonders begeistert waren die Kollegen von der Agenda-Funktion und von dem CD-Check. Und manche sagen sogar, nimmt mir Empower nie wieder weg. Zunächst mussten wir unsere IT-Infrastruktur einrichten und testen. Da waren dann schon zeitaufwendigere Abstimmungen mit Made in Office nötig. Und als wir dann Empower ausgerollt haben im Unternehmen, stieg das Supportaufkommen zunächst und sank dann aber ziemlich deutlich auf ein geringes Maß. Manchmal liefen Updates nicht ganz fehlerfrei, aber Made in Office hat uns da sehr kompetent und immer zeitnah unterstützt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hat es sich wirklich gelohnt, denn der Mehrwert für unser Unternehmen ist weitaus höher als der Aufwand bei der Einführung. Und dann ... Untertitelung. BR 2018